Hallöchen Leute, zurück zu Digimon World 2003. Wir haben den Quinglong-Chief besiegt. Und der konnte uns aber leider keine Infos zum Digi-Ei des Wissens geben. Deswegen werden wir nach Tsuzaku City des Amaterasu-Servers reisen. Und jetzt muss ich überlegen, welcher Weg am besten wäre. Ich glaube, ich nehme den Seeweg. Der Seeweg dürfte am kürzesten sein. Dazu laufen wir erstmal hier wieder durch die Gegend. Der Blutsee. Und wir werden gebettelt. Och, Flymon. Nicht nerven. Und... Oh. An sich müsste der Stachel doch an diesem Metallpanzer hier abbrechen. Das ist unlogisch. So. Kaputt. Und weiter geht's. Bam, bam. Level 85. Level 80. Also, Drahtwald Ost. Überall kleine Oinkmons. Drahtwald West Uh, Sneemon Der sieht irgendwie ein bisschen krank aus Was findet ihr? Der sieht doch ein bisschen krank aus Oh, aber der hält was aus Aber wir können das wegstecken Aber der ist genauso schnell wie Monmon Das ist scheiße So, und K.O. Die Digimon hier sind schon ein bisschen heftig Level 86 Bom, 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 bom Manu Ich will weiter Weiß warte, ich hab genug von dir Justice Strike Huah Ratatatatatata Ach, das war so klar Das war mir irgendwie klar, dass das jetzt passiert Zweimal abgeblockt Ja, nee, ist klar So, jetzt tauschen wir mal. Und zwar mit Metall-Greymon. Oh yeah. Och, Sneemon ist deutlich schneller, ey. Das gibt's doch nicht. Ja, dann holen wir uns noch ein bisschen. Sneemon greift wieder an. Das gibt's doch nicht. Oh, das war so klar. Das war so klar, Leute. Das war sowas von klar. Dass wenn ich gewinnen würde, dann blockt er. Und jetzt darf Agumon sterben. Das war sowas von klar. Ja, nee, ey. Fick dich. Nicht Monmon. Amomon. Ach, und er darf angreifen. Ähm, Leute. Das finde ich jetzt total asozial, was hier passiert. So, Taumon. Jetzt besieg ihn. Mit Thunder Gemini. So. Das hat mich aber abgefuckt hier. Meine Fresse. Tada. Boah, Leute. Das hat mich jetzt aber abgefuckt hier. Jetzt darf ich hier wieder heilen. So, da tut's. Mein Gott, mein Gott. So. Da steht ein Soldat. Vielleicht sprechen wir den. Och nein, nicht du schon wieder. Boah, nimm direkt das hier. Obwohl, ich hab Bugbuster. Das ist doch bestimmt ein Insekt, oder nicht? Ja, äh, so viel Schaden hat er dir jetzt nun auch nicht gemacht. Verarsche. Dann kriegst du halt Justice Strike. Du sollst verrecken dafür, was du getan hast. So. Geowned. Level 87. So. Hallöchen. Ich hasse meinen Mistjob. Ja, das hasse ich auch manchmal. Hey, du. Willst du Digimon mit mir kämpfen? Why not? Lass uns mal kämpfen. Und du hast hässliche Digimon. Die entsorg ich mal direkt für dich. Nimm das. Atatatatata. Oh yeah. Vorsicht. Aua. Oh, vergiftet. Durch eine Flamme wurde ich vergiftet. Stellt euch das mal vor. Ich wurde durch eine Flamme vergiftet. Oh. Dieses Spiel ist so unlogisch. Oh nein. Nicht noch so einer. Wie eklig. Aua. Block doch mal. Au. Ach, das Gift, das hat mich fast umgebracht. Auch nicht schlecht. Ja. Energiedisk. Kann Leiden heilen. Das wäre auch vielleicht irgendwann nützlich, damit wir nicht in Grund und Boden sterben. Ach, immer diese Nicht-Blockerei. Okay. Und nochmal hier Gift. Sag mal. Dann benutze ich wirklich als ein Energiedisk. Weil das Gift, das tötet mich hier. Und blocken. Vergiss das Blocken nicht. Och. Und wieder vergiftet. Und... Ach, come on, Leute. Och. Und jetzt sagt nicht, der wird durch das Gift gekillt. Ohne Scheiße. Ohne Scheiße. Ohne Scheiße. Ich glaub, ich tick noch hier aus. Das gibt's doch nicht. Och. Alter, was soll dieser Scheiß hier eigentlich? Kann mir jemand erklären, was hier abgeht? Ja, und jetzt greifst du schön zweimal an. Ja. Glückwunsch. Und jetzt wurdest du auch noch vergiftet. Ja, ne, ist klar. Und jetzt krieg ich wahrscheinlich auch Fett-Giftschaden. Ne, das geht ja eigentlich noch. Warum kriegt Armomon so viel Giftschaden? Und Metallgreymon hält es an sich ganz gut aus. Und wann darf ich mal wieder? Aber so langsam ist Metallgreymon jetzt auch nicht. So, erstmal ne super Ladung. Und dann krieg ich Giftschaden. Das ist echt nicht schön, was hier passiert. Da hab ich kein Verständnis für. So. Und jetzt töte es. Och. Komm. Och Mann, ey. Okay. Und jetzt kommt noch der Giftschaden. Das ist sowas von klar. So, jetzt muss Taumon dran sein. Sonst wird es sehr schlecht. Och, ja, ne, ist klar. Warum darf er denn angreifen? Danke. Ich bin dran. Und da krieg ich hier jetzt kein Game Over oder so. So. Einmal durchschniefen. Und jetzt sind unsere gefallenen Verbündeten wieder da. Och. Und jetzt geht natürlich Renamon down. Alter, was haben diese Leute hier auf diesem Server genommen? Dass sie meinen hier so extrem abzugehen. Da krieg ich Anfälle. So. Und jetzt vernichte es. So. Ach, Suchamon. Als Finale noch Suchamon. Oh Gott, ey. Ja, hättest du mal vorher mehr geblockt, dann hätten wir diese Scheiß-Situation nicht. So. So. Jetzt vernichte es. Alter, der hat echt gewagt zu blocken. Oh, dann hauen wir nochmal rein. So. Das hat reingehauen. Endlich. Da. 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 Mein Gott, ey. Ja, ja, ja. Jetzt beschwerst du dich und so. Obwohl ich hier allen Grund habe, mich zu beschweren. Dass dieses Spiel hier so scheiße unfair ist. So krank. So. Ich komme hier gar nicht vorwärts. So, weiter geht's. Jetzt battle ihn tot. Ach, come on. Und dann hauen wir nochmal Justice Strike rein. Ratatatatatata. Und tot ist er. Mein Gott, mein Gott, ey. Irgendwann drehe ich noch durch. Level 89. Noch ein Soldat. Wo willst du hin, hä? Du bist verdächtig. Ein Digimon-Kampf wird zeigen, wer du bist. Alter, ich bin Penny Bunny Five. Und ich kill dich. Ja, Dinobuster wäre vielleicht cool. Oh ja, der war cool. Und ist verwirrt. Triceramon singen. Haha. Sing mir das Lied vom Tod. What the fuck? In diese Richtung schauen. Und ja, zum Glück war der verwirrt. Weil aus irgendeinem Grund hat das den jetzt nicht gekillt. So. Tuskmon. Aua. Okay, das war ein deutliches Aua. Ich setze jetzt mal trotzdem Dinobuster ein. Ja, der Schaden hielt sich ja jetzt in Grenzen. Nochmal. So, er greift an. Und wieder kann ich nicht blocken. So, jetzt haue ich eine super Ladung rein. Oh, Mann, 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 Mann. Bin ich froh, wenn ich wieder im Azuka-Server bin, ey. Hier drehen mir alle Leute komplett durch. So, und jetzt noch einmal Dinobuster. K.O. Und Tyrannomon. Du auch noch. Super. So, Dinobuster. Oh, Mann, 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 Mann. Och, block doch mal. Alter, wieso ver... Trainiere ich Verteidigung? Doch nicht, damit ich hier jedes Mal einkassiere. So. K.O. Erledigt. Level 90. Kann Technik laden. Rayman Buster. Und Mon, Mon erreicht Level 33. Du schon wieder. Ist das blöd. Ja, du bist blöd. Die ganze Welt ist blöd. So, ein paar Power-Ladungen. So. Und hoffentlich kommen wir jetzt auch mal hier weiter. Drahtwald, Eingang. Da haben wir noch mehr Eingang-Mon. Noch ein Eingang-Mon. So. Der Zentralpark. Noch ein Soldat. Hey, du. Wer bist du? Oh, nur ein Kind. Hau ab. Ach, ich bin nicht nur ein Kind. Anno. Oh. Oh. So. Der Plug-Cap. Da ist noch ein Eingang-Mon. Och, nee, du. Warum kommst du eigentlich jedes Mal? Was habe ich dir getan? Schluck Blei! Und noch mal Attacke. So. K.O. ist das Ding. Level 91. Ich sortiere jetzt mal Reynamon nach vorne. Ich möchte wissen, ob da auch hier gegen die Fisch-Digimon vorankommt. So. Das Digi-Ei der Aufrichtigkeit. Und los. Juuu. Dann nach oben. Und runter. Wieder nach oben. Und wir werden gebettelt. Jetzt schauen wir mal, was für... Ach du Scheiße. Drago-Mon. Was ist das denn? Warum hat das Name Drago... Was hat das mit Drache zu tun? Diese Missgeburt. Oh, oh. Vier! Der hat nur noch vier! Alter Schwede. Ja, was passiert denn, wenn ich den mit Thunder Gemini treffe? Die Explosionsflasche ist fast voll. Nicht genug Schaden. Renamon hat hier in diesem Server keine Chance. Überhaupt keine Chance. Nicht Armour-Mon. Ich möchte hier... Armour-Mon. Das sieht irgendwie komisch aus, wie der angreift. Oh, fuck. Oh, Gott. Wir müssen weglaufen. Wir müssen weglaufen. Hier unten kann ich nicht überleben. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Und... So ein bescheuerter Controller hier. Ich muss mir mal was Besseres bestellen hier. So. Aber jetzt sortieren wir erstmal wieder. Renamon hat hier überhaupt keine Chance. Oh, muss ich mich tatsächlich einen Tag lang hier hinsetzen und leveln? Das wäre sowas von scheiße. Aber gut, wir bleiben sowieso hoffentlich nicht lange im Amaterasu-Server. Ich muss jetzt nur in diese Stadt kommen. So. Und da ist der Ausgang. Puh. Geschafft. Okay. Nördliches Ödland-Ost. Wir werden dann im nächsten Part zu dieser Stadt gehen. Bis dann.